Die Schlacht von Waraville war ein militärischer Zusammenstoß im mittelalterlichen Frankreich, in welcher der Normanenherzog Wilhelm der Bastard einen Sieg gegen König Heinrich I. errang. Sie fand im August 1057 bei Waraville im Departement Calvados in der Region Basse-Normandie statt. Hintergrund Mit der Hilfe König Heinrichs I. hatte der junge Wilhelm einst im Kampf gegen seine Konkurrenten die Herrschaft in der Normandie errungen. Der französische König erhoffte sich mittels seines Proteges Wilhelm eine Stärkung der königlichen Autorität in dem mächtigen normanischen Fürstentum zu erreichen. Doch Wilhelm vollzog 1052 eine politische Kehrtwende, indem er sich vom Einfluss des Königs emanzipierte, um fortan faktisch unabhängig in der Normandie herrschen zu können. In der siegreichen Schlacht von Mortema 1054 konnte er die so gewonnene Souveränität erfolgreich behaupten und den König zurückschlagen. Im Jahr 1057 versuchte König Heinrich I. im Bund mit dem Grafen Gottfried II. Martel von Anjou, der ein Erzgegner der Normanen war, noch einmal auf militärischem Weg seine Autorität in der Normandie wiederherzustellen. Das Bündnis wurde wahrscheinlich im Januar 1057 bei einem Treffen der beiden in Tours besiegelt und bei einem weiteren Treffen im März desselben Jahres in Angers bekräftigt. Die Schlacht Im August 1057 drang der König mit seinem Herr in die Normandie ein und marschierte durch das Himmelsch, ziehend in den Norden um Bayeux zu erobern. Bei der Ortschaft Varaville erreichten sie den Flusslauf der Deifs, den sie überqueren mussten, um nach Bayeux weitermarschieren zu können. Herzog Wilhelm befand sich in dieser Zeit mit seinen Truppen in Fales, war aber durch sein Kundschafter-System stets über die Bewegungen des Feindes informiert, den er so problemlos verfolgen konnte. Bei Varaville schloss er schließlich zum Gegner auf, der dort gerade seine Vorhut über den Fluss gesetzt hatte und nun dabei war die Nachhut folgen zu lassen. Wilhelm nahm die Gelegenheit sofort wahr und ging zum Angriff über. Dem nun folgenden Kampf wird in der allgemeinen Fachliteratur die Charakterisierung als Schlacht abgesprochen. Da es sich laut den Überlieferungen eher um ein regelrechtes Massaker gehandelt haben soll, Wilhelm griff die gänzlich überraschte und nicht zum Kampf eingestellte Nachhut des Feindes an, die sich gerade noch auf die Überquerung der Deifs konzentriert hatte, sich nun aber unvorbereitet seinen Attacken ausgesetzt sah. Die Normanen schlugen die Nachhut des Königs nieder, der bereits auf der gegenüberliegenden Flussseite stehend nichts dagegen unternehmen konnte. Folgen In der Schlacht von Varaville scheiterte der letzte Versuch König Heinrichs I., seine bereits bei Mordhema 1054 verlorengegangene Autorität gegenüber dem Herzog der Normandie wieder zur Geltung zu bringen. Dieses Fürstentum entglitt folglich auf mehrere Generationen hinaus dem Einflussbereich des Königs. Heinrich I. unternahm keine weiteren Versuche mehr diesen Zustand zu ändern und starb 1060 worauf ihm der unmündige Philippi nachfolgte. Von der königlichen Seite aus konnte deshalb auf mehrere Jahre hinaus keine Bedrohung mehr für Wilhelms uneingeschränkte Macht in der Normandie erwachsen. Stattdessen konnte er seine Macht festigen und ungestört 1066 die Invasion Englands begehen, durch die er zum Eroberer wurde. Der Schlacht von Varaville wurde und wird in der Geschichtsforschung aufgrund ihres kurzen und eindeutigen Verlaufs keine große Bedeutung zu erkannt, da die entscheidende Wende für Wilhelms politische Zukunft bereits bei Mordhema getroffen wurde und Varaville diese nicht mehr umkehren konnte. Entsprechend ihrer Bedeutung wurde Varaville nur von zwei zeitgenössischen Autoren Wilhelm von Jumiges und Wilhelm von Poetiers überliefert. Später erwähnte sie nur Wilhelm von Malmesbury in seiner Chronik und Ways in seinem Gedichtswerk Roman Deru. Bei anderen bedeutenden Autoren jener Zeit wie zum Beispiel Ordericus Vitalis fand sie keinerlei Erwähnung. Klavier Erwähnung